Keine Sorge, es geht mir gut. Hey, wieso machst du so ein Gesicht? Meine Mutter hatte auch Schwindelanfälle, so wie Nathalie. Da sagte mein Vater auch, es sei nichts Ernstes. Ach, wie wär's mit einem Duett? Du spielst Klavier? Ich kann weitaus mehr als nur Käse erschnüffeln, junger Mann. Sonst hat mich nur meine Mutter so zum Lachen gebracht. Danke, Plek.